1st Time Outlast, was empfehlt ihr mir hier Leute? Ich glaube ganz klar waren sind ja ich glaube ich gehen wir zur ersten Tür die wir sehen so ich sollte vielleicht mal langsam aufmachen ich glaube leise sein ist besser als laut ich warte die ganze zeit ein bisschen Jumpscare kommt gerade mega witzig kann man wieder aufhören ich schwitze Junge bitte hör auf zu heulen Habe ich verloren? Ok einfach raus und dann ist das Spiel vorbei ne? Ich imagine irgendwer spielt so ein Game freiwillig ne? Oh mein Gott da war wer Legit ich schwitze einfach ne ich schwitze halt einfach so So bin ich übrigens immer auf öffentlichen Toiletten unterwegs Einmal kurz gucken wer da so am Start ist Jetzt kommt die gleiche Jumpscare kriegst du nicht Ich kann ja auch einfach Einmal hier so runter laufen was so ultra vertrauenswürdig aussieht Ja stimmt wieso bin ich noch nicht auf diesen Gedanken gekommen? Ich muss einmal euren Unterricht stören Ich suche meine Keykarte Kann mir wer weiterhelfen? Oh nein 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 Gott Maria Müll Ähm Darf ich sie hier kurz wegschieben? Wäre das Wäre das Wäre das Wäre das ein Problem für sie? Ne? Achso Der kann gar nichts Was? Nochmal Cheese Nochmal Cheese Nochmal Cheese Nochmal Cheese Nochmal Du Bastard Fick dich Okay jetzt ganz schnell raus Okay jetzt ganz schnell raus Boah nächstes Mal brauche ich ein Pulsmesser Was sage ich nächstes Mal Als ob es nächstes Mal gibt Äh Häh 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 Ich weiß nicht mal wo ich den Typen eingesperrt habe Ich weiß nicht mal ob er eingesperrt ist Ich weiß nichts Ja ganz ehrlich ich bin ein Mann Junge Ich will nicht mehr Was will der Typ mir schon anhaben Kleiner Schmock ich werde ich finden Und wieder wegrennen Komm ran auf den Meter Junge Komm Andere Gaspumpe Oh da ist er Und mach die scheiß Tzu zu Okay Mach die Gaspumpe an Okay Und jetzt Renn weg Wo kannst du dich verstecken Schrank Oh bitte öffne nicht die Schränke Oh da ist ein Hauptschalter Oh da ist ein Hauptschalter Oh jetzt muss ich wieder zurück Häh Oh Oh ich kenn nichts Du Basterst Nein 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 Oh mein Gott Oh nein Oh nein Ich wollte gerade eine Pause haben Ich wollte nicht weiter spielen Ab in den Schrank Oh Gott Muss ich nochmal den Haupteingang öffnen Oh Ich bin Ich bin Sorry Mein Kind Ich wollte dich nicht das machen Aber du kannst nicht gehen was Noch nicht Da ist noch viel wasst du das Du kannst dunkel Der Herr, der Wallrider, die seine Wahrheit in den Unglauben verbreitet. Der einzige Weg aus diesem Ort ist die Wahrheit. Akzeptiere das Gospel und alle Türen werden vor dir öffnen. So, was jetzt? Eins gegen zwei oder was? Kommt in die Kluft der Beschwörer, ich mach euch beide platt, ihr Figus. Kommst hier nicht durch Junge, kommst hier nicht durch. Ja, was, was, was jetzt? Ja, dreh lieber um. Mach nochmal, mach nochmal, mach nochmal, mach nochmal jetzt. Okay, hast du verdient. Kannst dir jetzt da den Kopf aufhauen. Okay, ich bin wirklich leise, okay? Putzt du dir mal die Zähne dafür, okay, danke. Okay. Oh mein Gott. Ah ah. Nein. Das hat... Das ist mein Stil. Was, was sollte das denn jetzt? Das war doch der, der... Ich glaub, dem hat nicht gefallen, dass ich gesagt hab, dass der Zähne putzen soll. Oh nein! Nein, ich hab grad ne... Ich hab ne Batterie gewastet, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Na ja, ich hab den falschen Knopf gedrückt... Ich hab den falschen Knopf gedrückt... Ja, das ist nichts. Haaa... Hä? Ne, ihr seid ziemlich hässlich, wollt ihr euch nur mal gesagt haben. Kratp. Du wirst ja auch mal die Zähne putzen. Au! Also, du wirst auch mal die Zähne putzen Ich schwöre es euch, wenn ich einfach älter wäre, ich würde einfach sterben bei dem Spiel. Nein, die Luftschleuse! Nein, 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 nein! Hä? Oh nein. Ich glaube er hat mich. Phil, Phil bewegt dich! Hä? Ich bin einfach menschlich ausgelaugt. Ich wäre das Bastard, Junge. Jumpscare, jumps! Ja, du bist so ein Ehrenmann, ne? Komm, du bist einfach ein Ehrenmann, komm, krieg dich hier raus. Oh, scheiße, tut mir leid, Bro. Nur rein doch. Okay. Ich hab noch nicht... Nein, nein, nein. Nein, ein bisschen nicht. Oh, Mann. Hä? Ja, jetzt hab ich dich hier, oder? Du kleiner, mieser Fettsack. Ja, da kommst du nicht rein. Ja, guck mal, da kommst du nicht rein. Oh. Oh, ja, guck mal. Hi. Hi, na? Na, wie geht's dir? Bist du ein bisschen dick, ne? Hi. Hey. Yo. Was geht, Brudi? Hast du Bock, dich zu verpissen? Könntest du bitte weggehen? Oh, hehehe. So, erst mal ne Unterhose gewechselt. Das ist so, wirklich, ich würde also absolut keine Ahnung wieso irgendein Mensch das ganze freiwillig machen sollte Dankeschön!